In der Schlacht bei Schottusitz in Böhmen besiegten am 17. Mai 1742 23.500 Preußen unter Friedrich II., 28.000 Österreicher unter dem Prinzen Karl von Lothring. Letztere wollten die Preußen überfallen, fanden sie jedoch in Schlachtordnung und wurden von Friedrich II. in der linken Flanke angegriffen und geschlagen. Die Schlacht führte unmittelbar zum Frieden von Breslau, der den Ersten Schlesischen Krieg auf eine für Preußen vorteilhafte Weise vorläufig beendete. Vorgeschichte Prinz Karl war mit der Absicht von Meeren nach Böhmen marschiert, die preußische Armee anzugreifen. Friedrich war mit seiner Vorhut von etwa 10.000 Mann auf Kuttenberg marschiert. Die übrige Armee von etwa 15.000 Mann folgte einen Tag später unter der Führung von Prinz Leopold von Anhalt des Au. Da die beiden preußischen Armee-Teile einen Tagesmarsch voneinander entfernt waren und damit einander nicht unterstützen konnten, hatte Karl die Gelegenheit, einen oder auch beide Teile getrennt zu schlagen. Er zögerte jedoch zu lange und gab den Preußen Gelegenheit, sich zu vereinigen. Leopold erreichte das Dorf Schott-Torsitz östlich von Kuttenberg, nach einem Nachtmarsch um zwei Uhr morgens und schlug sein Lager etwas nördlich des späteren Schlachtfeldes auf. Karl von Lothringen, der noch immer hoffte, Leopold getrennt von Friedrich abfangen zu können, marschierte mit seinen 28.000 Mann nach Norden. Er plante einen nächtlichen Überraschungsangriff, doch er forderte die Annäherung an den Gegner mehr Zeit als erwartet, sodass er das Schlachtfeld erst nach Morgenanbruch erreichte. Friedrich, alarmiert von der drohenden Gefahr, gab Leopold Anweisung, Position um Schott-Torsitz einzunehmen, bis der Rest der Preußen heran wäre, um sich an seine rechte Seite anzuschließen. Friedrich marschierte mit seinen Truppen um vier Uhr morgens ab. Leopold stellte seine Truppen mit Front nach Südosten auf die Infanterie südlich von Schott-Torsitz. Die beiden Flügel der Preußen wurden jeweils von etwa 35 Schwadronen-Kavallerie gedeckt. Karl marschierte von der Stadt Zerslau nach Norden, wobei schwieriges Gelände seinen Vormarsch verlangsamte und seine Armee leicht nach rechts abschwenken ließ. Was ihre Verletzlichkeit gegenüber einem Angriff auf ihre linke Flanke erhöhte, kommandierende Offiziere der Schlacht, Offiziere der Preußenkönig Friedrich II., General-Lieutenant Christoph Wilhelm von Kalkstein, Zentrum des ersten Treffens, General-Lieutenant Wilhelm Dietrich von Buddenbrock-Kavallerie des rechten Flügels im ersten Treffen, General der Infanterie Prinz Leopold von Anhalt der Sau, Führung der Infanterie im zweiten Treffen, Oberstprinz Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel im Stab des Königs, Offiziere der Österreicher Prinz Karl Alexander von Lothringen, teilt sich die Führung mit Graf Königseck. Um 7 Uhr morgens hatten sich die Österreicher entfaltet und bis auf Kanonenschussweite genährt, während Friedrich mit dem Rest der preußischen Armee auf dem Schlachtfeld erschien und sich an Leopolds rechten Flügel schloss. Der König hielt 23 Bataillone Infanterie in Reserve vor den Österreichern durch eine Anhöhe verborgen. Um 8 Uhr befahl Karl den Angriff. Buddenbrocks Kavallerie des preußischen rechten Flügels attackierte die Kavallerie auf der österreichischen Linken und trieb sie zurück bis zu ihrer zweiten Linie. Die zweite Linie warf die Preußen in einem wilden Handgemenge wieder zurück. Buddenbrocks zweite Kavallerie-Linie verlor durch den dicht aufgewirbelten Staub die Richtung, hielt sich zu weit links und geriet in österreichisches Infanteriefeuer, welches sie zurücktrieb. Buddenbrocks Reiterei spielte für den Rest der Schlacht keine Rolle mehr. Auf der preußischen Linken griff derweil die Kavallerie die vorrückenden Österreicher an und schlug sich einen Weg durch die feindlichen Linien bis in den Rücken der österreichischen Armee, wo sie jedoch abgeschnitten und isoliert waren und in die Schlacht kaum mehr eingreifen konnten. Die Kavalleristen auf der österreichischen Rechten sammelten sich wieder und gingen gegen das preußische Lager hinter Czottusitz vor, dass sie zu plündern begannen, sodass sie zum weiteren Schlachtverlauf nichts mehr beitrugen. Im Zentrum beschossen die Österreicher Leopoldsbataillone mit Artillerie und griffen mit zahlenmäßig überlegener Infanterie an. Die Preußen wurden durch das Dorf zurückgetrieben, das dabei in Brand gesetzt wurde. Friedrich ließ gegen 10.30 Uhr die bisher zurückgehaltenen Infanteriebataillone des rechten Flügels die Österreicher in deren linken Flanke angreifen. Vor dem Feuer der unerwartet aufgetauchten preußischen Infanterie begannen die Österreicher zurückzuweichen. Karl erkannte die Gefahr von seiner Rückzugslinie durch Zaslau abgeschnitten zu werden und befahl gegen Mittag den allgemeinen Rückzug. Dieser verlief allgemein geordnet, die preußische Kavallerie war außerstande zur Verfolgung. Nachwirkungen Die Preußen verloren rund 4.000 Mann an Toten und Verwundeten und 700 als vermisst, die Österreicher 3.000 Mann durch Tod und Verwundung, 2.000 als vermisst und 1.200 Gefangene, rund 20% der Kräfte auf jeder Seite. Friedrich galt als Sieger, da er das Feld behauptet hatte. Strategisch gab Czottusitz Friedrich die Möglichkeit. Anfang Juni 1742 den separaten Vorfrieden von Breslau zu schließen und aus dem Krieg vorläufig auszuscheiden. Für seine Verdienste bei der Führung des ersten Kavallerie-Treffens des rechten Flügels wurde Friedrich Leopold von Gisler zum Generalleutnant ernannt und bekam den Schwarzer Adlerorden verliehen. Am Nachmittag der Schlacht ernannte der König den Prinzen von Anhalt-Dessau in Anerkennung seiner Leistungen als Befehlshaber der Infanterie im Sammellager von Czarslau zum Feldmarschall. Heutiger Zugang zum Schlachtfeld Die Besichtigung des ehemaligen Schlachtfeldes ist heute schwierig bzw. unmöglich, da sich dessen wesentlicher Teil in einem abgesperrten Militärgelände befindet. Zusätzlich wird das Gelände um den Flugplatz von Militärpolizei bewacht. Ein direkter Zugang zum Schlachtfeld von Czottusitz aus ist aus den genannten Gründen nicht möglich. Lediglich die Aufmarschgebiete des Königs bzw. der Österreicher sind gut zu besichtigen. Siehe auch, Liste der Kriege, Liste von Schlachten